Als ich ein Kind war, wurde eine Gruppe von Jungs im Dorfladen beim Klauen erwischt. Mein Vater war außer sich, als er davon erfuhr. Aber ich hab doch gar nichts gestohlen. Vielleicht, sagte er. Aber du warst dort. Mein Name ist Peter Müller. Kommandant des Tigerpanzers 237. Und ich war dort. Wir werden unsere Städte von den Eindringlingen befreien. Und den Feind vernichten, schlagen. Offenmann. Es ist doch sowieso bald alles vorbei. Müller! Sagen Sie mir, dass wir Nachschub kriegen. Und einen neuen Funker. Das wäre gelogen, Kerz. Ich lüge niemals, das wissen Sie. Das ist sehr anständig von Ihnen, Kommandant. Tja. Kommandanten können Sie es eben im Gegensatz zu fahren nicht leisten, jeden Mist auszusprechen, der in den Sinn kommt, Schröder. Ja, Kommandant. Auf Ihre Position. Wo steht er eigentlich die ganze Zeit hinterherlaufen wie ein Streunder, und? Er ist noch ein Kind. Dann hast du mir bestimmt die Parteieninie erklärt. Ich habe ihn nur daran erinnert, wer wir sind, Kerz. Vertrauf unser Steck. Vertrauf Deutschland. Vertrauf uns. Was? Was? Kerz, los geht's. Warum sprengen wir nicht einfach die Brücke und halten die Ambis auf der anderen Seite? Weil wir uns nicht zurückziehen. Wir rücken vor. Was passiert mit denen? Die kriegen das, was sie verdienen. Scheiß Feiglinge. Gemeinsam sind wir stärker. Vergessen Sie das nicht. Befehl bestätigen, Hartmann. Ja, Kommandant. Anton 1, der Oberkommando, gehen jetzt in Position. Anton 1 geht jetzt in Position. Alles klar. Aufbruch. Jawohl, Kommandant. Kerz, nach rechts. Wir müssen Sie flankieren. Jawohl, Kommandant. Sie scheinen sich schnell zu lehren, Kommandant. Sie beide halten die Augen offen, damit uns das nicht auch passiert. Gestütz bereit. Das sind unsere Leute da drüben. Wir müssen Ihnen helfen. Infanterie auf 12 Uhr. Im G-Feuer eröffnet. Wir halten Sie die Fenster da im Auge. Über diese Stellung. Kanone, ich sehe Sie. Wie geht's, ich darf nicht. Du bist ein Stark, Hartmann. So folg einfach deine Befehle. Wir halten Schaden. Scheiße, das ist nicht gut. Fahren Sie uns in Deckung. Wir haben nicht viel Zeit. Wie kommen Sie voran, Kerz? Nur noch eine Sekunde. Sieht gut aus. Anton 1, der Oberkommando. Schienen sind frei von Feinden. Sie haben es gehört, Kerz. Vorrücken. Jawohl, Gerhard. No und passiert zu werden. Wenn Sie hier irgendwo sehen! Schörnend, sie rücken vor! Das Ziel bewegt sich noch! Der macht kein Lutz mehr! Das war's! Die Panzer sind erledigt! Gute Arbeit! Holen wir uns die Stadt zurück! Wir müssen die Truppen der Amerikaner ausschalten! Wie stark sind ihre Verbände? Spielt keine Rolle! Sie sind uns nicht gewachsen! Werfen! Werfen! Vorrüstung und Verteidigung zerstört. Das Ziel ist erledigt. Achtet auf die Gebäude. Achtet auf die Gebäude. Sie fliegt! Sie haben wohl schon einen Tiger gesehen, hm? Was ist das? Befehl bestätigen, Hartmann. Jawohl. Oberkommalugier Anton 1. Befehl bestätigt. Rücken jetzt zum Ziel vor. Da ist die Artillerie. Wir haben hier eine Menge Flieger, Kommandant. Gnade sind Schwäche. Ich werde meine Mutter stolz machen. 20 Uhr. Ziel bewegt sich noch. Schau das noch mal. Verdammt. Unter der Lenkung fällt gleich aus. Ich habe gleich. Nein, nur. Schau das noch mal. Beide neutralisiert. Gute Arbeit. Geht auf uns her! Das nützt mit einer Verleihung! Artillerie Stellung zerstört. Jetzt die andere. Das war die letzte Artillerie Stellung. Die Panzer zerstört. Anton Heisen. Keinliche Panzer-Division versucht den Platz zu umstellen. Sofort angreift und abwehren. Mein Gott! Das ist eine Falle! Mein Gott, Schnauzehandmann! Wir können sie nicht abhängen. Kerz! Sehen Sie zu, das wird immer der Hut an Entdeckungen. Schröder und Hartmann. Sie feuern nur, wenn Sie ein Ziel haben. Oh Mann! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ja, Kommandant. Ja, Kommandant. Kommandant, Kerz. Nicht so dicht an die Mauer. Ereignung, Kerz. Ich hab's gleich. Ich stelle dich zum Treffer. Das ist ein Hinterhalt. Schröder. Aber die Panzer sind verrückt. Die haben keine Chance gegen Tiger. Die Panzer sind verrückt. Kerz, wo bringen sie uns zur Brücke? Was? Was sagt ihr da? Seid ihr verrückt? Wir dürfen den Eingriff nicht abbrechen. Das ist Heldenfort. Wir werden alle draufgehen. Seht ihr das denn nicht? Wir werden hier nur sterben. Das sind einfach zu viele. Wo holt dich man? Hey Gott, noch mal. Wo ein Panzer? Das sind so viele Herr im Himmel. So viele. Sie haben Panzer. Aber wir haben einen Tiger. Verdammt. Verdammt. Treffer. Weiter auf das Zielfeuer. Kerz. Fahren Sie weiter, sonst konnte der nächste Treffer der letzte sein. Treffer bestätigt. Scheiße. Die Panzer umbricht. Noch einen Treffer überleben wir nicht. Tun Sie, wofür Sie aufgebildet sind. So schnell es geht. Komm schon. Stefan, reiß dich zusammen. Ich glaube nicht, dass jetzt noch was kommt. Fahren Sie weiter, Herr Kerz. Strengen Sie sich gefälligst an. Ich arbeite dran. Ich werde das. Verstecken Sie mal das? Hunter, brauche! Bitte. Das ist gut. Auf Schäden überprüfen. Jawohl. Statusbericht. Wir werden uns nicht lange halten können. Jemand muss da raus, uns einen Weg suchen. Schicken Sie Hartmann. Von zur Hölle, reden Sie da. Der Mann ist nicht in der Verfassung. Vertrauen Sie auf unsere Stärke. Das waren doch Ihre Worte, oder? Keine Schwäche, keine Sentimentalität. Oh ja, Gott noch mal. Sie sind zu wichtig. Das können wir nicht riskieren. Und ich, ich bediene das Geschütz. Dann mache ich das eben. Nein, Sie müssen fahren. Aber Hartmann, der ist doch eh eingeschlagen. Austauschbar. Wollen Sie ihn wirklich da rausschicken? Hartmann! Ja? Steigen Sie aus dem Panzer. Suchen Sie uns da draußen einen Weg ins Freie. Ach Gott, noch mal Müller. Nein, der Mann ist nicht in der Verfassung. Bitte, Peter. Ich kann wirklich... Aus aus dem Panzer, Hartmann. Ich möchte, dass Sie Ihre Pflicht tun. Und das gilt für jeden hier. Und das gilt für jeden hier. Das gilt für jeden hier. Wo ist Hauptmann? Wo ist der hin? Der desertiert? Das wissen Sie doch gar nicht. Ruhe! Hören Sie das. Bewegung auf 9 Uhr. Und auf 12 Uhr. Cut. Bringen Sie uns raus hier. Wir können doch Hartmann nicht hier lassen. Raus, los! Kommandos, kommandos. Rücken Sie zur frongeschobenen Basis. Zerstören Sie selbst die Unterlagen über unsere Truppenbewegungen. Und stoßen Sie an der Kathedrale zum Rest unserer Streckkräfte. Verstanden. Kommandos, kommandos. Kommandos, Ende. Ja, sind vom Lancejab möglich.